Mein Sehntis ist der Hausberg, den ich als junger Junge das erste Mal mit dem Vater bestiegen habe. Mein Vater war ein ganzer wanderungsbegeisterter Mann, hat mich dann als junger Junge auf der Sehntis genommen. Das war eines meiner besten Erlebnisse als junger Junge. Die Begeisterung fürs Wandern ist mir bis heute geblieben.